Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Geh zu Kennen und schnappen dich! Das ist mein Gast, der Dicke auf den Schädel liegt! Hey, nicht mit dem Dicke! Was? Was ist los? Was? Nächstes mit der Kelle, dann schwörst du hier! Noch was? Das nächste Fälle ist ein Loch rein! Ich habe keinen Mundstack! Caro, wo ist es? Caro, sag bitte! Ein Mundstack! Nein! Das ist meine Sachen! Nein! Caro! Caro! Eine Meile haben dich gekostet! Nein! 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 Caro! Caro! Das ist alles ich! Man braucht keinen Klo! Das ist geil! Caro! Ich tausche meinen Mundstack! Ich habe einen frei! Caro! Gegen den Schlüssel! Nein! Ich will was bekommen! Nimm nicht nach! Wir wollen die Schlüssel haben! Aber wir gehen einen Kompass und mischen die runter! Oh! Der erste Hose liegt drin! Ich habe drei Schränke von euch! Ein Rock liegt hier drinnen! Alex! Mein Rock liegt hier drinnen! Oh! Oh! Du bist dann hier drinnen! Ist doch hier drinnen! Ich hab meinen Schein! Das ist geil, dein Gutes! Der rosa ... Wehm hat das rosa kariert zur Oberzeit? Wie eklig, sag mal. Dann sagt sie es einfach. Ja, was soll ich denn da klingeln? Das nächste Teil ... Mir. Nimm mal ein paar von mir Sachen. Jenny, was soll ich denn machen, außer sagen? Sollen wir den Rest nicht in den Kompost? Alex ... Ich spür mal kurz. Das ist meine Sache. Spiele die Scheiße jetzt runter. Ich gehe raus, nicht auf den Scheiß. So, nächstes? Die kleine Klamotten wieder. Nächstes? Gib du uns den Schlüssel wieder. Ihr spielt die doch nicht ab, oder? Na klar. Guck mal rein. Das rosa-Schwarz-Klamotten. Ich hab den nicht angefangen. Na klar! Der! Mit Alex hast du angefangen? Was? Wer und das? Rosa-Schwarzer Pullover? Wer? Caro? Wer? Wer? Alex um mich? Nein! Caro! 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 Hey, lass dir mal den! Caro, rosa-Schwarz ist dir Pullover? Ja. Ja. Ja, das weiß ich mal. Gut, brauche ich nur wissen. Ihr habt nur einen schwarzen Abi-Pullover. Nein, nein, der wird nicht gewaschen. Der wird gar nicht gewaschen. Ey, komm bitte nicht. Dann sag einfach. Schlüssel gegen diesen Abi. Ja, komm, komm! Ey, jetzt wird nochmal gespült. Genau! Ey, die Klamotten legen auf Scheiß. Nee, sag. Nee, erst wenn du sagst. Wir verhandeln. Erst wenn du sagst. Wir verhandeln, komm raus. Nee. Nee, ihr übt keinen Wunscher. Es gibt unsere Schlüssel. Ey, was ist mit dem Abi? Ja, mach zu, komm. Damit du das jetzt siehst, wenigstens. Boah, Alex, du bist ein Schwein. Schlüssel. Okay, also wir verhandeln jetzt. Okay, wir fahren mit hier. Du holst jetzt den Schlüssel. Wir können sagen, wir machen Waffenstillstand. Ab jetzt ist fort. Aber ich möchte was haben. Nichts. Nein, du bist nichts. Was willst du immer? Du hast ja auch gesagt. Wir kriegen was. Wir haben den besten Streich gemacht. Weißt du? Was denn? Kein Knoblauch. Du hast noch nicht mal einen Streich gemacht. Den besten Streich haben wir noch hier. Wir können jetzt sagen, es ist Waffenstillstand. Fertig. Und dann gibst du uns den Schlüssel und dann ist alles so gut. Weil der Abi-Pullover ist der nächste. Wir können das so machen. Wir sagen Waffenstillstand, aber ihr machen auch meine ganzen Sachen. Ja, genau. Ich spüle nochmal, wenn du möchtest. Ja, klar.